hallo in diesem video nur ganz kurz gezeigt wie sich referenzmarken innerhalb ihrer dokumente in libreoffice setzen können hans vader beaufsichtigt nicht nur die produktion des todesstern sondern muss sich auch noch um die belange als vermieter kümmern unter anderem natürlich die nebenkostenabrechnung hier jetzt mal beispielhaft eine gezeigt und das ganze macht er natürlich nicht nur einmal sondern 100.000 mal jeweils mit anderen zahlen und da macht es sinn entsprechende einträge miteinander zu referenzieren oder verknüpfen damit sie sich dann alle ändern wenn nötig die entsprechende miete wird also hier ausgerechnet für die vermietete wohnung zweimal drei meter und wenn nun hier für andere räume weil größer sich die entsprechenden zahlen ändern dann wird das natürlich hier unten noch ausgerechnet also das kein großes problem nehmen wir jetzt einfach mal hier 900 raus und sie sehen wenn ich in dem moment die zelle verlasse dann wird das hier und automatisch mitgerechnet und das funktioniert auch ganz gut allerdings hier der text der wird nicht mitgerechnet der bleibt starr das müsste ich jetzt quasi von hand ändern und das ist nicht sinnvoll der text im fließtext der muss sich also automatisch mit ändern da wir die zahl ja in diesem moment schon erstellt haben gehen wir wie folgt vor wir markieren erst mal die komplette zahl die der referenz wert am ende sein soll dann einfügen feldbefehl andere haben wir hier quer verweise referenz setzen hier unten steht auch schon automatisch unser wert drin und wir nehmen jetzt hier einfach mal miete einfügen schließen das ganze jetzt wird das hier auch direkt als entsprechender feldbefehl angezeigt gehen wir also im nächsten schritt dorthin wo die entsprechende zahl eingetragen werden soll die steht ja jetzt hier schon drin also nehme ich die mal raus bleibt aber natürlich mit meinem cursor genau an der richtigen stelle stehen in dem fall ist jetzt wichtig dass rechts und links ein leerzeichen ist denn von der entsprechenden zahl soll ja am ende ebenfalls links und rechts ein entsprechendes leerzeichen stehen also noch mal einfügen noch mal feldbefehl andere referenz einfügen miete ist jetzt hier schon ausgewählt weil es der einzige ist und dann referenz text einfügen schließen und schon steht mein text hier drin und wenn wir nun etwas ändern zum beispiel weil die garage miete für den millennium falcon doch noch mehr gestiegen ist tragen wir hier einfach die 1 ein in dem moment wo ich die zelle jetzt verlasse wird das hier und hier geändert klicken wir mal drauf 14 14 hat funktioniert ist also ganz einfach okay ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020